Robert Linden, Schwert und Feuer. Sie haben eine große Mission und sie haben mächtige Feinde. Und nun machen sie sich auf ins ferne China, um die Formel für das sagenhafte Donnerkraut zu besorgen, das Schießpulver. Er, der gewöhnt das ruhige Leben, der, Stolz und Freund des Weines, nur wenig Ungemach erleidet in der Stadt, wird Glauben kaum, wie ich, ermattet, die Meereswege machen muss zu meinem Heim. Die Sehnsucht meines Herzens dreht mich fort, die Reise anzugehen. Das Land zu sehen, wo fremde Menschen wohnen, drüben hinterm Meer. Robert Linden, Schwert und Feuer.